Ja, hallo zusammen, ich bin heute unterwegs im Münsterland bei Schloss Nordkirchen. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, was kann ich euch zum Schloss Nordkirchen erzählen? Das Schloss Nordkirchen liegt im Münsterland, etwa 25 Kilometer von Münster entfernt, im Kreis Coesfeld, direkt an der Stadt Nordkirchen. Es wurde im 16. Jahrhundert erbaut, ist, wie ihr sehen könnt, ein Wasserschloss. Man kennt es auch das Versailles des Münsterlandes. Der Schlossgarten wurde 1734 fertiggestellt und zählte damals zu den berühmtesten Schlossgarten auf dieser Welt. Es ist auch wirklich malerisch hier. Wir schauen uns das Schloss an. Reingehen kann man im Moment wegen Corona noch nicht, aber der Schlossgarten ist frei begehbar. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auch auf Wikipedia vorbei oder irgendwo anders im Internet. Dort findet ihr weitere Informationen zum Schloss. Und dann schaut euch an, wie ihr seht euch an, wie ihr seht euch an, wie ihr seht euch an. Und dann schaut euch an, wie ihr seht euch an. Und dann schaut euch an, wie ihr seht euch an. Und dann schaut euch an, wie ihr seht euch an. Das Ganze ist natürlich eine super Kulisse für Hochzeitsfotos. Und dementsprechend sind hier mehrere Brautpaare und viele dekorierte Hochzeitsautos auf dem Parkplatz, um ein paar schöne Fotos zu machen. Und dann schaut euch an, wie ihr seht euch an. Und dann schaut euch an, wie ihr seht euch an. Musik 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 Das war Schloss Nordkirchen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Musik